Herzlich Willkommen hier im Kongress St. Felden. Mein Name ist Alfred Wieland. Ich habe die Ehre, hier Geschäftsführer zu sein des Kongresshauses und des Stadtmarketings. Und jetzt, wenn ich gefragt werde, warum wir auch Green Meeting zertifiziert sind bzw. uns zertifizieren haben lassen, was ja letztes Jahr wieder aktualisiert wurde. Wir freuen uns sehr, dass wir auch wieder die entsprechende Punkteanzahl geschafft haben. Dann möchte ich darauf antworten, dass es erstens einmal kommt aus uns selber. Nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen denken grün. Uns ist das auch persönlich ein Anliegen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir versuchen, möglichst viele unserer Kunden auch zu überzeugen im Verkaufsgespräch von den Vorteilen. Nicht nur für sie selber, sondern natürlich auch für die Umwelt. Und auch, was eine große Rolle spielt, auch um es marketingtechnisch auch zu nutzen, diese Zertifizierung. Und für uns ist auch eben sehr wichtig, wenn man sich hier die wunderschöne Gegend anschaut, hier im Saalfeldner Becken, hier in Pinzgau, dass wir sozusagen auch diese Umwelt uns bewahren. Das ist ja für uns auch eine Lebensgrundlage. Und zusätzlich möchte ich noch ergänzen, dass wir jetzt auch seit kurzem einen Keterer haben aus der Region, der hier auch einen Bauernhof betreibt und der auch zum Beispiel die Produkte, die dann überbleiben nach einem Catering, auf seinen eigenen Feldern wieder kompostiert. Das heißt, wir haben hier eine Kreislaufwirtschaft und ich denke, das ist ein schönes Beispiel, wie es funktionieren kann in einer Region, so wie hier bei uns im schönen Salzburger Land. Danke.